Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohr, Türme und Minen. Wurden Elektrizität, Hämmer in den Betrieben. Stehen und ausverschmarschlich in allen Herzen geschrieben. Stehen und ausverschmarschlich in allen Herzen geschrieben.